Moin liebe Insider und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe Liga Insider Daily mit mir, dem Max. Und wenn ihr jetzt denkt, Liga Insider Daily, was ist das? Der ein oder andere von euch wird es vielleicht gestern schon gesehen haben. Wir kümmern uns nämlich nicht nur um die Daily News, um das Daily Business, sondern schauen uns eben die voraussichtlichen Aufstellungen an und stellen uns unter anderem den Challenges in KickBase und Co. und das eben täglich. Außerdem gibt es die besten Insider-Tipps natürlich hier, also all das, was dein Manager-Herz braucht. Und wenn ihr denkt, warte mal, warum fangt ihr denn jetzt an? Die Bundesliga, die befindet sich doch aktuell noch im Winterschlaf. Ja, das stimmt, aber die Vorbereitungen auf den Restart, die laufen auf Hochtouren. Und genau deswegen nehmen wir ab heute bis zum 20. Januar alle 18 Bundesliga-Klubs genau unter die Lupe und schauen eben mal drauf, wie ist die Saison bislang verlaufen? Gibt es Gewinner? Gibt es Verlierer? Wie geht es weiter? Und auf wen solltet ihr ein ganz besonderes Auge werfen? Also, wir prüfen die Klubs auf Herz und Nieren und fangen damit heute an. Es geht los mit dem FC Bayern und dem FC Schalke und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Das wird ein sehr, sehr cooles Projekt, auf das wir uns alle freuen können. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein mit dem FC Bayern und da gibt es ein Thema, das aktuell alles andere in den Schatten stellt. Und das ist die Frage, wer ersetzt Manuel Neuer in der Rückrunde? Und da wurden ja einige Namen ins Rennen geworfen. Ein Livakovic, ein Keilam Navas, ein Alex Nübel natürlich und Sven Ulreich ist ja sowieso schon da. Jetzt wird aber ein neuer Kandidat ins Rennen geworfen und zwar Yassine Bonou. Der marokkanische Torwart, der hat eine wahnsinnig gute Weltmeisterschaft gespielt und sich natürlich so auch in den Fokus gespielt und respektabler Vierter geworden. Und die Gespräche sind angeblich schon in vollem Gange, aber Vorsicht, denn auch Manchester United buhlt angeblich um die Dienste des Torwarts vom FC Sevilla. Und wir wissen alle, wenn Engländer im Spiel sind, dann wird es richtig teuer. Mindestens 15 Millionen Euro und wenn die Bayern wohl ernst machen, dann wird es wohl der ein oder andere Rubel mehr, der da über den Tisch rollt. Ich persönlich fände den Deal super, es wäre eine Win-Win-Situation. Bonou könnte weiter Champions League spielen und Bayern hätte eben einen richtig guten Torwart. Wie die Sache ausgeht, das bleibt abzuwarten, bringt uns aber zu unserem ersten Team-Check. Team-Check. Genau, im Hintergrund seht ihr die Top-11 der Bayern. Nur für den Hinterkopf, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal die Frage, wie lief die bisherige Saison für den FC Bayern? Und ich würde sagen, holprig, das trifft es ganz gut. Es fing vielversprechend an, man hat die ersten drei Spiele gewonnen, doch dann gab es drei unentschieden in Folge und sogar eine Niederlage gegen den FC Augsburg. Da war kurz Krisenstimmung, alles war schlecht, man ist abgerutscht auf den fünften Platz, aber man hat sich gefangen, spätestens mit der Hereinnahme von Erik-Maxim-Chupomo-Ting, hat eine Siegesserie hingelegt, man hat das Gesicht der Bayern gesehen, das man kennt und so steht man jetzt eben wieder auf dem ersten Tabellenplatz. Ja, Julian Nagelsmann hat sich eingegroovt in seinem 4-2-3-1 und eben dieses Dreier- bzw. Fünfer-Kettenkonstrukt dann schon fallen lassen, was er ja viel praktiziert hat bei RB Leipzig. Und bei voller Kapelle, bei voller Kaderstärke, wenn alle fit sind, könnte sich das Ganze dann beim FC Bayern eben wie folgt einspielen. Im Kasten, da ist eben die bekannte Thematik. Sven Ulreich oder jemand Neues. Wenn keiner mehr kommt, dann können wir sagen, Sven Ulreich wird spielen. Sollte jemand anderes kommen, ist klar, der wird dann auch im Kasten stehen. Wer das jetzt auch immer ist, Bono, Livakovic, Nübel, whatever. Schwieriger wird das Ganze bei den Bayern in der Verteidigung, denn da gibt es ja diesen Monster-Zweikampf zwischen Benji Pavard und Nusamas Raui auf der Rechtsverteidigerposition. Und um da mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich mir einen Kommentar zur Rate gezogen von David21B21, der sich ganz klar für Nusamas Raui ausspricht. Denn der sagt, der hat gefühlt die letzten Spiele immer rechts hinten gespielt, der hat eine bockstarke WM gemacht und ist genau die Art von Rechtsverteidiger, die Julian Nagelsmann haben will. Außerdem will Pavard gar nicht mehr rechts hinten spielen, der will wechseln und ist eben der einzige Innenverteidiger-Backup, den es noch gibt bei den Bayern. Also, dem schließe ich mich an. Meines Erachtens hat Masraoui da so ein Stück die Nase vorn. Interessant könnte es werden für Pavard eben dann in der Innenverteidigung, für Matthias de Ligt, denn der hat bislang noch nicht nachhaltig überzeugt, bei der WM auch keine tragende Rolle gespielt, bei den Holländern und da wäre Pavard dann eben einsatzbereit. Über Alphonso Davies und Dayot Upamecano, da brauchen wir nicht sprechen, die beiden sind völlig gesetzt. Davies sowieso spätestens, nachdem Hernandez ausfällt und auch Upamecano spielt eine hervorragende Saison, hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, die Fehler abgestellt und die beiden sind bei den Bayern absolut unantastbar. Genauso wie das Dreier-Mittelfeld, Kimmich, Goretzka, Musiala, wenn da alle fit sind, dann werden da auch alle spielen. Im Sturm wird das Ganze ein bisschen tricky, denn angefangen hat es eben nicht mit Eric-Maxime Csupo-Moting, sondern eben mit Thomas Müller, respektive Sadio Mané, die beiden haben sich abgewechselt und das lief alles nicht so richtig. Also Mané eher unglücklich, viele Abseits-Tore geschossen, Thomas Müller auch noch nicht so wirklich in Form. Ja und dann kam Trick 17 von Julian Nagelsmann und er hat den Mann gebracht, von dem wirklich kein Mensch gerechnet hätte, also ich muss die Hand heben, ich hätte es nicht gedacht, dass der so eine kranke Saison spielt. Eric-Maxime Csupo-Moting, mein persönlicher Pick für die restliche Saison beim FC Bayern. Ja, was soll man zu dem sagen? Ich hätte es wie gesagt niemals für möglich gehalten, dass der zu so etwas imstande ist. Das erste Mal von Anfang an gegen den SC Freiburg am 10. Spieltag und da gleich mal Tor und Vorlage und dann ging es ab. Tor gegen Hoffenheim, Tor und Vorlage gegen Mainz, Doppeltorschütze gegen Hertha und am letzten Spieltag vor der WM-Pause nochmal eine Hütte gegen Schalke. Was soll ich sagen? Der hat eine fette, fette Bewerbung dagelassen für mehr Spielzeit in der Rückrunde, deswegen schaut euch den Preis an. 21,8 Millionen, geht da rein, riskiert es ruhig mal, nehmt die 30 Millionen mit, wenn der spielt, wird er sie allemal wert sein, ist immer noch viel zu billig dann für den Stürmer vom FC Bayern und ja, was ihr damit macht, müsst ihr jetzt entscheiden. Ja, der ist eben genau das, was den Bayern gefehlt hat. Wir können uns das nochmal anschauen. Mit Thomas Müller sah das halt so aus, der ist halt dieser Raumdeuter, der ist mal hier, der ist mal da, der ist mal links, der ist mal rechts, aber die Bayern brauchen einfach einen Stürmer, der vorne drin steht, der weiß, wo die Hütte ist und den Ball einfach drüber schiebt und das hat Eric-Maxim Czupumutin gemacht. Deswegen für mich der ganz klare Gewinner bislang in dieser Saison. Wenn es dann wieder losgeht, am 20. Januar für die Bayern gegen RB Leipzig, dann wird er hier noch nicht wieder zurück sein. Sadio Mane, der wird frühestens Mitte Februar zurück erwartet, also behaltet euch das mal im Hinterkopf, auch für eure eigene Kaderplanung. Da ist Julian Nagelsmann dann natürlich super flexibel aufgestellt, kann dann eben mit Leroy Sané gehen, kann aber auch mit Kingsley Coman gehen oder sogar mit beiden, Serge Gnabry dafür raus. Das ist super schwer zu prognostizieren und das weiß der Bayern-Trainer bisher ganz alleine, nur wen er da aufstellt. Wenn wir jetzt einen Blick werfen auf die restliche Saison, dann kann nur die deutsche Meisterschaft das selbst erklärte Ziel sein. Für den FC Bayern, dafür ist man einfach viel zu dominant. Man hatte mit Abstand die meisten Pässe in der ganzen Liga, 1000 mehr als RB Leipzig, die stehen auf Platz 2. Man hat die meisten abgegebenen Torschüsse, man hat die meisten Tore erzielt, die wenigsten Gegentore bekommen. Also ich denke, das spricht für sich. Als nächstes kommt dann, wie gesagt, Leipzig, dann der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. Also kein leichtes Programm, aber das sollte schon machbar sein für den FC Bayern. Und das würde mich sehr wundern, wenn die München am Ende der Saison dann nicht die Meisterschale in den Himmel strecken. Vom Tabellenersten gehen wir zum Tabellenletzten und sind gelandet beim FC Schalke und die haben sich gleich mal verstärkt in der Winterpause, nämlich mit Niklas Tauer. Der kommt vom 1. FSV Mainz 05. Anderthalb Jahre auf Leihbasis, ohne Kaufoption. Das bedeutet, im schlechtesten Fall entwickelt er sich richtig gut und muss dann wieder zurück nach Mainz. Aber die Schalker, die sind trotzdem glücklich. Peter Knebel hat gesagt, ein Spieler, der die Bundesliga kennt, der braucht keine lange Eingewöhnungszeit und ist variabel einsetzbar. Genau das, was wir brauchen. Und darüber freut sich auch Thomas Reis. Der meinte, ich sehe ihn vor allen Dingen auf der 6, kann ihn aber eben auch als Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger aufstellen. Also, im Ruhrpott, da ist man glücklich. Aber wie die Saison der Schalker abgelaufen ist, das schauen wir uns jetzt an. Teamche. Ja, wieder die Top 11 im Hintergrund. Dazu später mehr. Erstmal aber die Frage, wie war die Saison der Blau-Weißen? Und die ist gar nicht mal so schlecht gestartet. Also, man hat gleich zu Beginn das ein oder andere Pünktchen gesammelt. Dann ging es aber rapide bergab, so dass am 11. Spieltag Frank Kramer sogar gehen musste. Thomas Reis hat übernommen, da wurde es aber auch nicht besser. Vier Spiele, ein Sieg, macht am Ende des Tages dann Tabellenplatz 18. Auch die Königsblauen hatten viel mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, dass im Laufe der Rückrunde alle beisammen sind und dann könnte sich das Ganze eben wie folgt hier wiederfinden. Im Tor Alex Schwolo. Bislang großer Unsicherheitsfaktor beim FC Schalke. Der wollte ja unbedingt weg bei Hertha BSC Berlin, weil er da in Ungnade gefallen ist und jetzt droht ihm dasselbe Schicksal bei seinem neuen Arbeitgeber. Also, der hat sich echt den einen oder anderen Patzer geleistet in dieser Saison und ich sage euch eins, der Kandidat hier, Justin Hekerin, der sitzt in Lauerstellung, der schart mit den Füßen und der könnte bald seine Chance bekommen. Thomas Reis hat zwar gesagt, erstmal lassen wir Schwoli im Tor, aber ich sage euch, die Eisplatte, auf der der schwimmt, die ist so dünn. Also, viel Kredit hat der nicht mehr. Ein, zwei Patzer noch und dann passiert genau das, aber wir lassen erstmal Schwolo drin. Thomas Uwejan kommt zurück, ganz, ganz wichtig, alleine wegen seinen Standards und auch Sepp Vandenberg wird wohl gesetzt sein, wenn wieder fit, kam ja vom FC Liverpool. Ja, und dann haben wir eben hier Yoshida, bislang für mich der beste Mann beim FC Schalke und deswegen auch der Pick für die restliche Saison. Mein Saison-Pick. Der hat, wie gesagt, eine gute WM gespielt mit Japan und hatte eben in der Bundesliga ja immer seine Schnelligkeitsdefizite. Aber Thomas Reis hat es auch bei Bochum geschafft, aus einer langsamen Abwehrkette einen sicheren Riegel zu machen. Also das macht Mut aus Sicht der Schalker. Und bei Kickbase mit 65 Punkten den besten Schnitt von allen Blau-Weißen, also den könnt ihr mit den wenigsten Kopfschmerzen noch in euer Team aufnehmen. Ja, auch das Mittelfeld der Schalker hat sich gefunden eben mit Thomas Kral, der hier so den defensiven Part übernimmt und einfach das Mittelfeld beackert. Und auf der anderen Seite Kraus, der einfach etwas kreativer ist und das Spiel nach vorne lenken soll. Und auch Molay, der am Anfang gar keine Aktien hatte bei Frank Kramer, hat seinen Platz gefunden. Salazar vergisst man, weil so lange verletzt, aber auch der, wenn fit, fester Bestandteil dieser Mannschaft. Ante Rodde sowieso kein Vorbeikommen und auch Marius Bülter spielt bislang eine solide Saison. Jetzt ist es aber so, dass lange nicht alle Schalker Spieler einsatzfähig sind, wenn es dann in knapp drei Wochen weitergeht gegen Eintracht Frankfurt. Ich spreche da natürlich von Salazar, ich spreche von Uwe Jahn und auch von Sepp Vandenberg. Also sehr, sehr interessant und Thomas Reiß hat da einige Möglichkeiten. In der Verteidigung natürlich Henrik Matriciani, der hat die letzten Spiele hinten gespielt und hat das auch ordentlich gemacht. Aber auch ein Niklas Tauer ist da natürlich eine Option für Thomas Reiß. Bin sehr gespannt, wie viel er dem Youngster dann schon zutraut. Und hinten links könnte eben erneut Tobias Mohr vertreten, der das bislang ja auch ordentlich gemacht hat. Bei Rodrigo Salazar gibt es mehrere Möglichkeiten und die offensichtlichste wäre Dominic Drexler einfach aus dem Grund, weil der das schon öfter gemacht hat. Aber auch Larsson wäre da natürlich eine Möglichkeit und dann gibt es ja noch das Gerücht um einen gewissen Tim Skarke. Denn Canales hat uns hingewiesen, Skarke Deal steht vor dem Abschluss ready for takeoff und auch wir haben das bestätigt. Tim Skarke steht kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke. Also auch der wäre da allemal eine Option und würde auch Sinn machen für das System von Thomas Reiß. Denn man spielt die zweitmeisten Flanken von allen Bundesliga-Teams, was a. Simon Terodde in die Karten spielt und b. eben genau das Spiel von Tim Skarke ist. Wenn man jetzt drauf schaut, was ist noch drin für den FC Schalke in der restlichen Saison, dann sollte man sich zufrieden geben, wenn es denn am Ende der Relegationsplatz ist. Was definitiv Mut macht, man ist bei Tacklings und Laufleistungen jeweils auf Platz 8 im ligaweiten Vergleich. Das war in der Abstiegssaison völlig anders. Also wir sind gespannt, was Thomas Reiß aus den Schalkern macht und lassen uns einfach mal überraschen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Morgen geht es natürlich direkt weiter mit den nächsten Teams. Welche das sind, das verrate ich nicht. Das müsst ihr selber sehen. Schaltet ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.